Ich begrüße jetzt herzlich im Studio Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler und US-Kenner von der Universität Erlangen-Nürnberg. Professor Fröhlich, konnte man irgendwas anderes erwarten gestern, nachdem in Iowa die Demokraten ja erneut eine Vorlage geliefert hatten für ihn, die er natürlich nur abfeiern konnte? Nein, das war erwartbar und es ist im Grunde genommen zu einer Wahlkampfrede geworden. Und daran gibt es keinen Zweifel. Und ich glaube, sie war auch ganz geschickt, ob tatsächlich so eben beabsichtigt und was die Wirkung anbelangt, intendiert. Aber ich glaube, sie war insgesamt wirklich geschickt inszeniert, denn also wie ich sie gehört habe und lese, sind es drei Punkte, die der Präsident im Grunde genommen in aller Kürze angesprochen hat, wo die Rede fast eine Stunde gedauert hat. Das einmal ist das Nationale, das Konservative. Das Zweite ist eben tatsächlich die Stärke. Amerika hat die Stärke wiedererlangt. Also das Konzept, die Idee America First, die ja immer von Anfang an begonnen, bedeutet hat, dass es nicht nur darum ging, amerikanische Interessen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben natürlich auch Amerikas Stärke wieder auf Platz 1 in der Welt wiederzubeleben. Das ist damit zum Ausdruck gekommen. Und das Dritte ist, glaube ich, was vielfach unterschätzt wird, was er wirklich kann. Nicht nur an Emotionen appellieren bei den Wählern, sondern ich glaube, er gibt ihnen einfach ein Stück weit natürlich mit dieser kraftstotzenden Rede die Zuversicht zurück, die die Amerikaner über die letzten Jahre verloren hat. Das ist etwas, was wir immer ignoriert haben in den Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre und auch unter der Obama-Administration sich ja schon abgezeichnet hat. Dieser Rückzug Amerikas aus der Weltpolitik, der zwar einerseits gewollt war von der Bevölkerung, andererseits aber auch immer verbunden war mit einem Gefühl, das haben die Umfragen gezeigt, dass die Amerikaner ihre Zuversicht, ihren Optimismus, ihren Spirit verloren hatten, der ist mit ihm zurückgekehrt. Und daran hat er, das war der dritte Punkt, appelliert ganz stark. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitsplätze kommen, seine Umfragewerte gehen sogar in die Höhe. Donald Trump kann momentan auch in Anbetracht der Fehler der Demokraten und jetzt des beendeten Impeachment-Verfahrens vor Kraft kaum gehen. Macht es nur den Eindruck, als sei er im Moment wirklich unangreifbar oder ist das nur eine Momentaufnahme? Nein, ich glaube, es ist tatsächlich im Moment. Das will nichts heißen. Das geht noch einige Zeit ins Land, bis die Wahlen dann da sind. Aber im Moment spricht alles für ihn. Und es spricht vieles gegen die Demokraten. Und die Stärke des Präsidenten ist natürlich auch die Schwäche wiederum der Demokraten. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber es läuft für ihn, selbst auf außenpolitischer Ebene, läuft eigentlich alles so, wie sich dieser Präsident, wenn man mal jetzt vielleicht von diesem letzten Scharmützel auch mit Iran absieht. Aber selbst das ist für ihn eigentlich, redet auch schon keiner mehr drüber, relativ gut ausgegangen. Da ist dieser Israel-Plan, der sehr viel bewirkt und der sozusagen wirklich eine Veränderung amerikanischer Nord-Ost-Politik in vieler Hinsicht bedeutet. Aber es sind alles Themen, die im Moment offensichtlich auch die amerikanische Gesellschaft nur bedingt tangieren. Die Außenpolitik hat im Übrigen in dieser Regel nur eine sehr geringe Rolle eingenommen. Er hat zwei, drei Punkte gerade erwähnt. Eigentlich Punkte, die man zunächst einmal für eher unbedeutend halten würde. Kuba, Venezuela sind angesprochen worden und hat einmal beiläufig gesagt, die NATO funktioniert auch besser, als alle gedacht haben, die anderen liefern. Er spricht die Punkte an, die er versprochen hat, seinen Wählern, der Wählerschaft und das kommt an. Und natürlich wird es am Ende des Tages, wie immer in den USA, wenn nicht irgendein unvorhergesehenes außenpolitisches Ereignis kommt, an der Wirtschaft sich festmachen. Und da spricht im Moment alles für den Präsidenten. Die Zenova-Pickepacke voll. Wir sind eigentlich schon am Ende, aber ich kann Sie nicht aus dieser Sendung entlassen, ohne zu fragen, wird Pete Buttigieg der Herausforderer oder wird es Bernie Sanders oder am Ende doch Joe Biden? Also mein Gefühl sagt mir im Moment, dass vielleicht, ich glaube, es ist auch vielleicht instinktiv die richtige Entscheidung, dass Buttigieg vielleicht der lachende Dritte doch sein könnte. Alles ist im Moment auf die, entweder links oder eben, wir fahren in den alten Obama-Pfaden gepolt und da kommt jetzt einer, der sich irgendwo in der Mitte ansiedelt und der könnte vielleicht tatsächlich der lachende Dritte sein. Ich bin gespannt. Wir haben so viel Zeit noch dafür, aber es bleibt in jeder Hinsicht interessant. Herzlichen Dank, Professor Stefan Fröhlich, für die Analyse der Trump-Situation momentan in den Vereinigten Staaten.